Ihr Kinderein kommet, o kommet doch ein, zur Krippe herkommet, im Beglehenstein. Und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. O seh, in der Krippe, im nächtlichen Stall, seht ihr beides Lichtglanz hellglänzendem Strahl. In reinlichen Winden das himmlische Kind, wie er schöner und heiler als Engel es sind. Da liegt es, das Kindlein auf Heu und auf Schuhe. Maria und Josef betrachten es nur, die wirklichen Wörter, die beten davor. Auch oben steht Blumen der Engel ein Blut. Untertitelung des ZDF, 2020